Hallöchen und ganz herzlich willkommen hier zur Gewinnspielauslosung des Minecraft Keys. Das ist gerade noch früh am Morgen, ich musste hier schon, was heißt ich musste, ich bin gerade aus dem Bettchen gehüpfen, muss mich hier ein bisschen beeilen, weil ich ein bisschen Zeitdruck habe, aber das ist wohl gar nicht schlimm, weil das geht ja hier relativ schnell. So, bei dem Gewinnspiel gibt es insgesamt 96 Teilnehmer. Das sind alle die, die unter dem Video vom 1000 Abonnenten Special da einen Kommentar verfasst haben, in dem irgendwie drin steht, dass sie den Key haben wollen. Dabei hat die Begründung nichts damit zu tun, wer jetzt hier gewinnt oder so, das seht ihr gleich, sondern alle sind hier in dem Sinne gleichberechtigt. So, hier seht ihr jetzt alle aufgelisteten Namen, ihr müsstet euren Namen ja auch sehen, das heißt, also wenn ihr einen Kommentar geschrieben habt, wenn nicht, dann, weiß ich nicht, dürfte eigentlich nicht passiert haben, weil ich habe da eigentlich, ich habe aufgepusht. So, okay, hier sind also die Namen, sind alle durchnummeriert, 96 am Stück und dann bin ich hier auf der Seite random.org, hier können wir jetzt eine Zufallszahl bestimmen lassen und dort werden wir jetzt hier den Gewinner küren. So, Mindestzahl ist hier die 1, das ist ganz klar und das höchste ist natürlich 96. Und der Gewinner ist... ... 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